Yo, wir sind jetzt in der Kamera und jetzt sind wir in der Kamera und dann wechseln wir, wechseln und bam! Okay, los geht's, ja? Okay, ja, Entschuldigung. Moin Leute, unser Sehvermögen hilft uns dabei, unsere Welt um uns herum wahrzunehmen. Aber oft sehen wir Dinge, die wir gar nicht verstehen. Woher wissen wir, dass wir uns auf unsere Augen verlassen können? Das Bild hier kennt ihr bestimmt und man kann es kaum glauben, aber Kacheln A und B haben die gleiche Farbe. Entfernen wir einfach mal alles drumherum, dann seht ihr es. Aber warum ist es so? Warum wirkt Kacheln A dunkler als Kacheln B? Unser Gehirn weiß, dass Schattenobjekte dunkler erscheinen lassen. Daher will es es kompensieren und lässt Kacheln B heller erscheinen. Wenn wir jetzt den Schatten wegnehmen, fällt der ganze Effekt weg. Ihr seht also, wie sehr die Umgebung die Farben beeinflusst. Was da genau in unserem Gehirn vorgeht, wissen Forscher selbst noch nicht genau. Auf jeden Fall handelt es sich dabei um ein Zusammenspiel von komplexen biologischen und neurologischen Faktoren. Unser Gehirn sieht Farben in Abhängigkeit von der Umwelt. Es vergleicht also Farben mit ihrem Umfeld und erstellt dann das, was wir schlussendlich wahrnehmen. So Leute, machen wir einfach noch ein Beispiel. Guckt euch mal den Ring hier an und ihr seht, ja, der ist ganz eindeutig einfarbig. Jetzt schneiden wir aber mal das ganze Bild in der Mitte durch und verschieben es ein bisschen. Und jetzt sieht plötzlich die eine Hälfte vom Ring dunkler aus als die andere. Hier findet wieder genau der gleiche Effekt statt. Unser Gehirn passt die Farben von den Kreishälften der Umgebung an. Die rechte Kreishälfte gehört dabei zum linken dunklen Rechteck und andersrum. Unser Gehirn passt also einfach die Farben von den Halbkreisen an die Rechtecke an und färbt sie dunkler oder heller. Wie ihr seht, ist also alles, was wir wahrnehmen, irgendwie vom Umfeld abhängig. Genau. Habt ihr Bock auf noch ein geiles Beispiel? Schauen wir uns jetzt mal diese zwei Balken an. Wie ihr seht, haben beide Balken die gleiche Farbe. Jetzt fügen wir aber ein paar schwarze Linien hinzu und plötzlich scheint sich die Farbe der Balken zu verändern. Obwohl wir wissen, dass beide Balken genau die gleiche Farbe haben, nehmen wir den einen dunkler wahr als den anderen. Was wir wahrnehmen, entspricht also nicht immer der Wahrheit. Aber woher wissen wir, ob wir unseren Augen trauen können? Wenn ihr noch mehr darüber erfahren wollt, wie unser Gehirn funktioniert, dann klickt mal hier auf das Video. Kennt ihr noch andere coole Bio-Experimente? Wir haben Bock hier noch was Praktisches zu machen. Schreibt es uns in die Kommentare, liked, teilt, abonniert, favorisiert. Haut's da rein und macht's jut. Ciao. Ciao.